Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich dir gerne wieder 5 kaum bekannte Wege zeigen, wie du online Geld verdienen kannst. Ich habe wieder einige tolle neue Wege gefunden, mit denen du im Internet Geld verdienen kannst und diese würde ich dir gerne hier in diesem Video vorstellen. Mehr dazu gibt es aber gleich nach dem Intro. Fangen wir am besten direkt mit der ersten Plattform an und diese Plattform nennt sich Crowdsurf. Crowdsurf ist eine Plattform, auf der du als Transkribierer, als auch als eine Person, die Untertitel erstellt, sehr gutes Geld verdienen kannst. Crowdsurf ist eine von den größten Plattformen in diesem Bereich. Ich hatte ja bereits schon mal über andere Plattformen hier auf diesem Kanal in diesem Bereich gesprochen, beispielsweise die Plattform GoTranscript oder beispielsweise die Plattform Gengo oder beispielsweise die Plattform Rev.com. Bei vielen von diesen Plattformen ist es relativ schwer reinzukommen. Bei Crowdsurf ist das ein wenig einfacher. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist, ihr müsst hier oben auf Get Started International klicken. Dann müsst ihr hier ein paar Angaben angeben. Hier haben wir zum einen halt die unterschiedlichen Dinge, die ihr können müsst. Ihr müsst natürlich jetzt keine Ausbildung in diesem Bereich haben oder ihr müsst jetzt nicht unbedingt, sag ich jetzt mal, einen universitären Abschluss haben oder was auch immer. Ihr könnt halt hier direkt anfangen und dann kannst du hier oben jederzeit auf Join as an Individual klicken, weil ich gehe mir davon aus, dass ihr jetzt nicht als Company hier mitmacht, sondern vielleicht als Individual. Dann tragt ihr, wie gesagt, eure Informationen ein und dann seid ihr hier auch angemeldet. So einfach kann das Ganze sein, wenn ihr nicht nur auf dieser Plattform mir Geld verdienen wollt, sondern auf ein paar anderen Plattformen, dann würde ich euch auf jeden Fall die Plattform halt GoTranscript oder Transcribe.me empfehlen oder beispielsweise Rev.com oder beispielsweise auch nochmal die Plattform Gengo.com. Gut, machen wir dann mit der nächsten Plattform weiter und diese hatte ich bereits schon mal in einem Extra-Video vorgestellt, aber ich gehe mir davon aus, dass nicht jeder das von euch gesehen hat. Ich fand die Plattform einfach so spannend, dass ich sie heute einfach nochmal nenne. Die Plattform MarketCall ist eine Plattform, auf der du damit Geld verdienen kannst, dass du für andere Leute Telefon- und Rufe generierst. Stell dir beispielsweise mal vor, du bist eine Anwaltskanzlei oder du bist, sagen wir mal, ein Berater. Du möchtest einer Person helfen, wie sie vielleicht ihre Schulden umschulden kann oder, sag ich jetzt mal, wie sie ihre Schulden minimieren kann oder was auch immer und du hilfst, wie gesagt, Leuten in diesem Bereich und nimmst dafür auch einiges an Geld, um solche Dienstleistungen durchzuführen. Du möchtest dich nicht aber um dein eigenes Marketing kümmern. Was machst du? Du könntest beispielsweise an solche Firmen wie MarketCall rantreten und dort gibt es dann Leute, praktisch wie du und ich, die dieser Firma, die beispielsweise halt diese Umschuldung macht, Telefonanrufe, das heißt potenzielle Klienten generiert. Das heißt, das Einzige, was wir tun müssen, ist folgendes, wir müssen für diese Firma Telefonanrufe generieren. Wir sind praktisch also nicht unbedingt ein Affiliate für MarketCall, das wäre jetzt falsch. Wir sind einfach nur Leute, die praktisch Telefonanrufe für, sag ich jetzt mal, diese Firma generieren und wenn jetzt zum Beispiel diese Firma tatsächlich aus dieser Person einen Kunden macht oder wenn beispielsweise diese Firma von der Person angerufen wird über deine Nummer, das ist eine Nummer, die du bekommst, das ist eine ganz spezielle Nummer, die du halt mit anderen Leuten teilen kannst, wenn andere Leute über diese Nummer dann diese Firma anrufen und zumindest, sagen wir mal, 90 Sekunden oder zum Beispiel halt irgendwie eine Minute, sagen wir mal, oder zwei Minuten oder wie viele Minuten auch immer, mit der jeweiligen Firma sprechen, dann kriegst du einen fixen Betrag für diesen Telefonanruf und der kann bis zu 240 Dollar sein. Ich habe auch schon einige Angebote gesehen halt mit 100 Dollar oder 150, 170 und ich habe bisher also nur das Höchste, was ich je gesehen habe, war 240 Dollar für einen einzigen Anruf. In deinem Fall, du musst halt auch mal schauen, ob es hier nicht ein paar Jobs gibt, wo du halt genauso viel bekommen könntest, wenn nicht sogar mehr. Es gibt übrigens nicht nur englischsprachige Aufträge, sondern es gibt auch deutschsprachige Aufträge, das heißt, wenn jetzt viele von euch sagen wieder, gibt es das nur auf Englisch? Nein, keine Sorge, das gibt es auch auf Deutsch. Dann, die nächste Plattform ist die folgende, nämlich songtrust.com. Songtrust ist eine Plattform, die ich persönlich sehr interessant finde. Ich hatte schon mal eine ähnliche Plattform vorgestellt. Es geht hier bei Songtrust vor allen Dingen um die Musikdistribution, nämlich gerade in so einem Zeitalter wie jetzt, wo wir praktisch viele Streamingdienste haben, kann es vielleicht, oder ich denke, wird es für viele Leute sehr, sehr schwer sein, ihre Songs nicht nur, sag ich jetzt mal, auf ihrem eigenen YouTube-Kanal drauf zu haben oder auf ein paar Streamingdiensten, sondern überall und vor allen Dingen, wenn dann andere Leute zum Beispiel Lieder weiterverwenden und die in ihren YouTube-Videos verwenden oder was auch immer, dann kann es für einen Künstler sehr schwer sein, sich das Geld, das ihm zustieht, von dieser Person zu holen. Und solche Plattformen wie Songtrust bieten da praktisch eine Abhilfe. Nämlich, was Songtrust macht, ist folgendes, du kannst halt einfach deine Songs über Songtrust publizieren. Songtrust publiziert dann deine Songs auf allen möglichen Streaming-Plattformen und vor allen Dingen, wenn beispielsweise dein Song auch auf YouTube verwendet wird, das heißt, wenn jemand vielleicht den Song in Anführungsstrichen stiehlt und ihn, wie gesagt, verwendet, dann holt sich halt Songtrust von dieser Person das Geld durch das Content-ID-System von YouTube. Und das natürlich macht das Ganze hier noch immer einiges interessanter. Und genau, Songtrust ist halt eine von vielen Plattformen. Bloß Songtrust, soweit ich das sehe, weil ich, wie gesagt, mir das Streaming-Network mal angeguckt habe, hat, soweit ich das sehe, das größte Streaming-Network von diesen Plattformen, die halt praktisch Distributionen durchführen. Ihr könnt gerne mal schauen, ob ihr noch ein anderes findet mit einem größeren Distributions-Network, aber ich glaube, das ist halt das, was eigentlich derzeit das größte Distributions-Netzwerk hat. Dann die nächste Plattform ist diese hier, namens Printify. Printify ist eine Plattform, die es euch erlaubt, eure eigenen Merch-Produkte zu erstellen und diese praktisch zu Dropshippen. Nämlich, was passiert, ist folgendes, ihr könnt beispielsweise euren eigenen Shop einrichten, ihr verbindet das Ganze mit Printify, das heißt, wenn jemand zum Beispiel auf das Produkt draufklickt, sagen wir auf ein T-Shirt oder auf ein Hoodie oder was auch immer, dann wird die Person zu einer Printify-Verkaufsseite weitergeleitet. Dann, wenn die Person das Produkt kauft, sagen wir mal das T-Shirt oder was auch immer, dann kümmert sich halt Printify um den Rest, das heißt auch beispielsweise um die Rechnungsstellung. Es kümmert sich darum, dass das Produkt natürlich erst erstellt wird, dass dein Design auf das Produkt draufgedruckt wird und natürlich auch, dass das Produkt dann beim Kunden gelangt und du erhältst halt eine Provision für jeden einzelnen Verkauf. Ist relativ ähnlich auch zum Beispiel dem eigenen Spreadshirt-Shop, den man erstellen kann. Es gibt natürlich noch viele andere Plattformen, mit denen man sowas machen kann, sei es nun Teespring oder welche auch immer. Aber Printify ist halt eine von diesen Plattformen, die ein wirklich, wirklich großes Portfolio an unterschiedlichen Design-Optionen hat. Ihr könnt nämlich hier oben mal auf Katalog gehen und da könnt ihr euch die ganzen unterschiedlichen Produkte angucken, von Hoodies über T-Shirts, über ganz, ganz viele andere Merch-Produkte. Und wie gesagt, die könnt ihr euch hier jetzt halt anschauen. Zum Beispiel haben wir hier die Accessories. Da haben wir auch unterschiedliche Taschen oder zum Beispiel Socken könnt ihr erstellen. Home & Living kann man zum Beispiel sogar im Badezimmer anscheinend Sachen machen. Zum Beispiel, genau, die Towels praktisch, also Handtücher, man kann Maginete erstellen lassen und so weiter und so fort. Das macht natürlich den eigenen Shop vielleicht ein bisschen attraktiver, wenn man halt nicht nur ein Produkt anbietet, sowas wie ein T-Shirt oder so, sondern vielleicht noch Hoodies, Jacken, Sachen für Kinder, irgendwelche Badehandtücher oder was auch immer. Und da bietet halt Printify eine wirklich interessante Option. Den Traffic besorgst du. Das heißt, Printify sorgt jetzt nicht für den Traffic. Den musst du schon holen. Aber dann den Rest, den macht wie gesagt Printify. Dann die nächste Plattform ist diese hier, namens Depop. Darüber werde ich nochmal ein explizites Video machen, weil es sich hierbei eher um eine App handelt, nämlich Depop ist eine App, auf der du deine eigenen Produkte verkaufen kannst. Damit ist eher halt gemeint, nicht nur Produkte, die halt du herstellst, sondern eher halt Produkte, die von dir gekauft wurden und die du jetzt vielleicht weiterverkaufen möchtest. Irgendwelche Designerstücke, irgendwelche tollen Jacken, irgendwelche tollen Schuhen, irgendwelche Unikate oder was auch immer, die du halt gerne verkaufen möchtest. Und genau, Depop schreibt es hier auch in Decke einzigartige Mode oder verkaufe halt einzigartige Mode und dafür ist die App gedacht. Und dann noch ein kleines Extra ist die Plattform Odilo. Das ist eine spanische Plattform zur Distribution und zum Verkauf von E-Büchern. Warum genau möchte ich mit euch darüber sprechen? Hat einen etwas tiefer gehenden Grund, nämlich ich sehe immer wieder, dass Leute wirklich nur auf Amazon Kindle publizieren oder ihre Ehebücher nur auf Amazon Kindle publizieren. Das denke ich ist ein Fehler. Was du auf jeden Fall tun solltest, ist zu schauen, dass du halt nicht nur deine Bücher auf einer Plattform drauf hast, sondern auch halt die Distribution ordentlich hinbekommst, dass du also nicht nur auf Kindle publizierst, sondern beispielsweise auf Odilo in Spanien, sei ich jetzt mal in der spanisch sprechenden Welt oder zum Beispiel halt auf solchen Plattformen wie Ikene in Ungarn oder sei es nun Dangdang in China oder halt bist du bei Mecken in den USA oder halt Mecken hat zum Beispiel ein Vertriebswerk über Warmarkt, über alle möglichen großen Firmen in Amerika und da macht es natürlich auch auf jeden Fall Sinn, nach Distributionsmöglichkeiten zu suchen, damit du einfach einen größeren Markt ansprechen kannst, weil nicht jeder wird über Amazon Kindle kaufen. Ich muss euch zum Beispiel ehrlich zugeben, dass ich bevor ich mit Amazon Kindle publiziert habe, nie auf Amazon Kindle oder grundsätzlich auf Amazon Bücher gekauft habe. Das kam erst irgendwann später und ich glaube, so geht es auch vielen anderen Leuten und die kaufen dann zum Beispiel halt auf solchen Plattformen wie Tolino oder die kaufen vielleicht auf Odilo oder die kaufen auf was weiß ich Mecken und manchmal ist es auch so, dass natürlich auch Vertriebsnetzwerke in jeweiligen Ländern bestehen und dass es gar nicht so sehr darum geht, wo Leute kaufen wollen, sondern eher, dass halt es Distributionspartner gibt. Zum Beispiel Mecken ist halt ein Distributionspartner von Walmart und Walmart könnte halt Bücher von dir bestellen. Das heißt, es ist gar nicht mehr so ein B2C, sondern eher halt ein B2B-Geschäft. Und genau deswegen sage ich immer, such dir ein Tool, mit dem du diese Distribution hinbekommst, zum Beispiel im Tool PublishDrive. Und Odilo ist da halt eine Plattform, über die du publizieren kannst und gerade halt, wenn du den spanischsprachigen Markt angehen möchtest, ist, denke ich, Odilo eine von den besten Plattformen, weil es derzeit, soweit ich weiß, die größte Plattform im spanischsprachigen Bereich ist. Gut, das war es nun hier für dieses Video. Wenn du mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtest, dann schau doch gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Danke nochmals und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Und dann schau doch gerne mal in die Videobeschreibung.